Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation. Ich bin Verena König und bewege heute in einer weiteren Fragen-Freitag-Folge mit meiner lieben Kollegin und Freundin Kathi Kleff aus der traumasensiblen Sichtweise eine Hörerinnenfrage. In dieser Folge geht es letzten Endes um die Frage, was es vielleicht damit auf sich haben könnte, dass wir uns fast ausschließlich mit unserem Heilungsprozess beschäftigen, auf uns selbst schauen, uns überreflektieren und gleichzeitig das Gefühl haben, aber nicht wirklich vom Fleck zu kommen. Ich freue mich sehr auf diese Auseinandersetzung mit dieser sehr interessanten und wichtigen Frage und begrüße ganz herzlich dich hier, liebe Kathi. Hallo liebe Verena, heute mal wieder räumlich voneinander getrennt, aber dennoch im Herzen tief verbunden. Schön gesagt. Ja, es ist ja schön, wenn wir uns zumindest über Remote sehen, das ist das Wunderbare am digitalen Kosmos. Ja, ich freue mich, dass wir wieder eine tolle Frage bewegen. Diese Frage kommt von, wir nennen sie Lena. Und Lena schreibt, ich bin 45 Jahre, habe drei Kinder, bin verheiratet, arbeite als Lehrerin. Seit vielen Jahren bin ich in einer Traumatherapie und zwar, weil ich komplex mehrfach traumatisiert bin. Vernachlässigung, sexueller Missbrauch, Autounfall, Kaiserschnitt, ohne Narkose und so weiter. Ich habe im Alltag oft mit Symptomen zu tun, psychisch wie körperlich. Am meisten quält mich das Gefühl, nicht gesehen zu werden und das Gefühl, dass gleich jemand kommt und mich niedermacht. Während der Jahre hat sich bei mir eingeschlichen, dass ich quasi wie Dauertherapie mache. Ich lese jedes Buch zum Thema Heilung, was mir in die Finger kommt, mache Online-Kurse, höre Podcasts, suche im Netz, reflektiere mich permanent und bin mit meinen Gedanken ständig bei mir und meinem Befinden und Analysieren. Das kann nicht gut sein. Ich lebe ja fast nur noch für meine Heilung, die sich trotz ständigem Kampf nur ganz zäh bis gar nicht einstellt. Warum mache ich das? Wie kann ich das mit einem guten Gefühl und guten Gedanken ändern? Kennst du das von deinen Klienten auch? Wie gelingt es anderen? Hat das was mit Loslassen zu tun? Blöderweise interessieren mich diese Themen auch noch unheimlich. Trotzdem merke ich mir die Inhalte des Gelesenen und Gehörten nur sehr schlecht. Vielen Dank für diese Frage an die liebe Lena. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Leute, die hier gerade zuhören, das kennen. Also ich kenne es von sehr vielen Klientinnen und Klienten, dass sie viele, viele Bücher gelesen haben, ganz stark im Thema drin sind, sehr gut informiert sind und dass sie darunter auch teilweise zumindest ab einem gewissen Punkt auch leiden, beziehungsweise es als Belastung empfinden. Ich vermute, das kennst du vielleicht auch von Klientinnen und Klienten und selbstverständlich auch von mir. Und ich kenne auch sehr gut dieses Gefühl von Frust, das sich damit einstellt und ja auch teilweise richtiger Verzweiflung, weil wir doch schon so viel machen und uns ja im Grunde genommen, wie die Lena auch schreibt, theoretisch mit gar nichts anderem beschäftigen und trotzdem das Gefühl haben, nicht vom Fleck zu kommen. Und dann ist es so eine Sisyphus-Arbeit. Und es wird halt einfach sehr schnell frustrierend. Und dann erzeugen wir so ein bisschen ein ungewolltes Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen möchten. Ja, und ich finde es großartig, dass die Lena uns diese Frage schickt, weil es so sehr Sinn ergibt, mal zu fragen, was ist das eigentlich? Also was passiert da? Ja, und das formuliert sie auch in ihren Fragen ganz klar, warum mache ich das und wie kann ich das ändern? Kennst du das von deinen Klienten? Das haben wir jetzt schon beantwortet. Wie gelingt es anderen und hat das was mit Loslassen zu tun? Das sind sehr gute Fragen. Und klar, ich meine, Lena schreibt es ja, sie ist eine sehr, sehr reflektierte. Wir würden das sogar überreflektierte Person nennen. Und das wollen wir gerne mal beleuchten, was da hier so drin steckt. Aus meiner Sicht zumindest. Ich meine, das ist natürlich aus der Ferne jetzt hier besprochen und kann sein, dass da auch noch ganz andere Dinge mitschwingen. Aber ich glaube, es könnte sich sehr Sinnvolles dahinter verbergen, was gut tut, zu verstehen, um es dann auch verändern zu können. Wir dürfen uns bewusst sein, dass im Grunde ja immer, wenn wir uns auf Trauma-Integrationswegen oder in Integrationsprojekten, Prozessen befinden, wir wirklich Schwerstarbeit tun. Also in einer langjährigen Traumatherapie zu sein mit komplexer und auch früher Traumatisierung, das ist einfach ein Riesenbrocken, sage ich mal. Das ist ein ganz intensives Arbeiten, was da geschieht. Und das heißt, obwohl wir auf einem Heilungsweg sind, sind wir gefordert und wir sind in einer Art und Weise auch angestrengt. Und wir arbeiten an innerer Veränderung, wenn wir solche Wege gehen. Und ein Bedürfnis ist uns ja allen immer auf einer unbewussten Ebene das Allerwichtigste. Und das ist tatsächlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Also wir suchen immer nach Sicherheit und wir können uns immer wieder mal die Frage stellen, wenn wir beispielsweise eigentümliche Verhaltensmuster sehen oder vielleicht seltsame Gewohnheiten oder scheinbar destruktive Sachen erkennen, dass wir uns dann die Frage stellen, auf welche Weise könnte das mir möglicherweise Sicherheit geben? Könnte sich in diesem So-Verhalten oder So-Agieren vielleicht eine Suche nach Sicherheit verbergen? Sehr gut, ja. Und wenn wir die Frage stellen, kommen wir meistens auf interessante Ergebnisse, die uns selbst ein Stückchen näher bringen und deutlicher, transparenter machen, wozu eigentlich so eine Art Kompensationsstrategie dient. Und wenn wir jetzt zum Beispiel also gucken, was uns die Lena schreibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da Verschiedenes möglich ist. Das ist jetzt reine Hypothese. Also beispielsweise, wenn sie sich so sehr einliest, also sie liest Kurse, jedes Buch, was ihr zum Thema Heilung in die Finger kommt, wird gelesen. Also sie beschäftigt sich auf einer kognitiven Ebene sehr stark. Und ich könnte mir vorstellen, dass beispielsweise das Wissen oder die kognitive Beschäftigung sowas erzeugen könnte wie ein Gefühl von Kontrolle oder von einer Art Sicherheit, weil man von weiter weg drauf schaut. Man ist im Kopf damit beschäftigt. Man ist nicht unbedingt so sehr im Fühlen mit sich beschäftigt. Man liest auch über andere, man liest über die Dynamik. Also man distanziert sich vielleicht ein bisschen durch diese kognitive Auseinandersetzung. Bei mir kam noch hinzu, dass ich mir immer wieder die Bestätigung holen wollte, dass das, worunter ich leide, wirklich ernst ist. Also sprich, ich hatte immer noch Anteile in mir, die habe ich übrigens heute noch, habe ich das letzte Mal bei unserem schönen Kongress im Juli, habe ich sie auf meiner Schulter sitzen, hören und spüren. Ich hatte immer noch lange Anteile in mir, die gesagt haben, ach, du übertreibst. Und dann habe ich praktisch immer wieder darüber gelesen, um mir die Bestätigung zu holen, nein, ich übertreibe nicht, nein, das war schlimm, nein, das waren Symptome, nein, das waren keine Schwächen, sondern das waren Versuche meines Organismus, hier irgendwie die Balance zu halten. Das könnte ich mir vorstellen, vielleicht kommt es auch noch oben on top. Das ist schön, dass du es ergänzt, weil es zeigt, wie vielfältig die Gründe sein können für etwas, was wir tun. Und man kommt da, wenn man die Frage stellt, nicht unbedingt drauf. Also auch als außenstehende Person würde man jetzt zum Beispiel ganz, ganz, irgendwo ganz weit hinten vielleicht mal auf die Idee kommen, ach so, vielleicht nimmt sie sich selbst gar nicht ernst in ihrer Symptomatik. Und für dich war das so ein ganz wichtiger Aspekt an dem Lesen und sich selbst sozusagen bestätigen und von den Quellen auf der Schwarz-Weiß-Ebene, also Schwarz-auf-Weiß-Ebene sozusagen, so etwas wie eine Legitimation zu bekommen für das, was man selber fühlt. Ja, Legitimation ist das richtige Wort. Ja, also da würde ich versuchen, neugierig nachzufragen, weil unser Nervensystem ja tatsächlich immer, immer auf der Suche nach Sicherheit ist und unsere Kognition, die übernimmt ja eine spezielle Aufgabe. Wenn wir beispielsweise im Hochstress sind, dann sind wir nicht mehr in der Lage, so komplex zu denken, zu planen und zu analysieren beispielsweise. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Ausrichtung auf kognitive Beschäftigung und auf das wirklich Hirnen und darüber nachdenken und sich immer schlauer machen, eine Tendenz widerspiegelt, sich gerne auch vielleicht im Kopf oder in der Kognition ein bisschen zu verankern, weil man dann ein Stückchen weiter weg ist von dem, was wir vielleicht als instinkthaft und als autonom betiteln könnten. Und Lena schreibt ja auch, dass sie körperliche Symptome hat, so wie auch psychische. Und wenn wir uns also dann so im Kopf verankern, dann könnte das auch ein Mittel sein, um nicht so sehr zu spüren und zu fühlen, was im Körper vielleicht gerade spürbar ist oder sich vielleicht melden möchte. Sodass man also über den Kopf, über die Kognition nochmal eine Art wie Kontrollinstanz über den Körper versucht zu setzen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Was ich immer wieder total faszinierend finde und das mag ich an dieser Stelle auch nochmal kurz ergänzend erwähnen, dass in den, nach meiner Erfahrung, in den, weiß nicht wie du das erlebt hast, ich könnte mir vorstellen ähnlich, dass dieses Gefühl von, ich bewege mich keinen Zentimeter nach vorne oder diese, sagen wir mal, die Wahrnehmung, die Interpretation, ja in den meisten Fällen auch gar nicht stimmt. Weil wenn man dann mal zurückschaut und man reflektiert mal gemeinsam, also sprich, es kommt vielleicht mal jemand Objektives und schaut drauf, sagt, aber stimmt das wirklich, dass du gar keine Fortschritte gemacht hast? Wir schauen das mal gemeinsam an. Dann stellt man doch relativ schnell fest, ah okay, stimmt, vor zwei Jahren wäre das noch so gewesen oder vor einem halben Jahr, wer hätte ich das nicht ausgehalten oder so. Und ich finde, das darf man sich auch immer wieder bewusst machen. Das ist etwas sehr Wichtiges, worauf wir in der traumasensiblen Arbeit immer sehr achten. Gut, dass du es erwähnst, nämlich ressourcenorientiert zu schauen, auf Prozesse, auf gegenwärtige Symptome auch. Und es ist tatsächlich so, dass es vielen Menschen so geht wie Lena, nämlich, dass sie das Gefühl haben, sie kommen nicht vom Fleck. Sie schreibt, dass das zäh ist und dass das ein ständiger Kampf ist für die Heilung, die sich aber irgendwie fast gar nicht einstellt. Wir brauchen da Unterstützung, wenn wir in der betroffenen Position sind oder wenn wir Betroffene sind, dass wir den Blickwinkel verändern können und dass wir sehen können, was alles bereits geschehen ist an Besserung, Veränderung und auch um anzuerkennen, wie viel Kraft überhaupt da ist, um jetzt in diesem Moment hier zu sein. Und dass das auch ein Ergebnis ist von einem guten Prozess, dass man überhaupt jetzt hier ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, damit gibt uns die Lena auch nochmal einen Hinweis mit ihrer Formulierung, dass das ein ständiger Kampf ist, der sich ganz zäh anfühlt und sich Heilung und gute Ergebnisse nur ganz langsam oder gar nicht einstellen. Und zwar gibt es ja auch ein interessantes Phänomen in unserer Psyche, nämlich, dass unsere Wahrnehmung bzw. die Interpretation unserer Wahrnehmung sich sehr stark danach richtet, in was für einem Zustand wir sind. Und wenn wir also beispielsweise in einem Zustand des Kämpfens sind, so latent in einem Stresszustand, der uns in einer latenten Kampfreaktion hält oder in einer latenten Fluchtreaktion, dann kann es sein, dass wir das, was wir in unserem Leben sehen, so bewerten, als wären wir in einem Kampf. Also wir interpretieren die Gesten von Menschen so, als würden sie uns angreifen. Wir haben das Gefühl, wir müssen uns behaupten oder kämpfen, obwohl eigentlich unser Gegenüber gar nicht das Bedürfnis spürt, mit uns in irgendeiner Art Konflikt zu sein. Also wie auch immer ausgedrückt, es passiert, dass wir aus dem Zustand, aus dem Nervensystemzustand des Stresses, der uns in eine Kampf- oder Fluchtreaktion bringt, unser Umfeld so interpretieren, als wäre die Situation tatsächlich das Kämpfens und Fliehens würdig bzw. als wäre es nötig. Genauso umgekehrt, wenn wir beispielsweise in einer Untererregung sind und uns sehr depressiv und verzagt fühlen, dann interpretieren wir alles, was uns umgibt, als Bestätigung für die Hoffnungslosigkeit und die Schwere, die in uns spürbar ist. Und wenn wir jetzt da sehen, dass Lena sich eigentlich mit ihrer ständigen Aktivität lesen, Online-Kurs machen, sich ständig auseinandersetzen, immer beschäftigen, in einer sehr aktiven Energie ist, also man könnte vermuten, es ist eine sympathikotone Energie, da ist viel Sympathikus-Aktivierung drin, sie wählt auch den Begriff des ständigen Kämpfens, dann könnte es sein, dass das auch ein Zeichen dafür ist, dass sie einfach die Überlebensreaktion des Kämpfens unbewusst gewählt hat, das ist eigentlich falsch ausgedrückt, dass sie sich unbewusst eingestellt hat in ihrem Leben als die Art und Weise umzugehen mit dem, was im Alltag da ist. Unbewusst, ja. Ganz unbewusst. Und das könnte, also es würde zusammenpassen, dieses Gefühl, ich kämpfe die ganze Zeit und dieses Erleben, ich mache ja auch die ganze Zeit, also ich bin die ganze Zeit aktiv, ich bin nur am Machen und am Tun und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin die ganze Zeit am Kämpfen, das spricht so für einen Zustand einer sympathikotonen Übererregung. Und das als Schutzstrategie, also die Flucht oder der Kampf gegen Symptome, der Kampf für die Heilung, das ist alles eine Sprache, die für ein übererregtes Nervensystem sprechen würde oder dafür passend wäre. Und wenn wir das so sehen, also wenn wir aus der Nervensystemsicht da drauf schauen, dann könnte man daraufhin sich fragen, was könnte denn helfen? Was könnte Lena helfen, mehr aus dem Kampf, Stressreaktionen rauszukommen, mehr in eine Balance, mehr in ein Gefühl von Verbundenheit, mehr in ein Gefühl von Sicherheit im Hier und Jetzt? Was würde für Sie persönlich konkret helfen? Das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Das finde ich immer eine wunderbare Frage, auch bei der wunderbaren polyvagalen Leiter, die du ja auch in deinen Ausbildungen immer wieder vorstellst, die ja auch so wunderbar ist. Ich habe mittlerweile eine, ich habe mir so eine Vogelleiter besorgt, so eine kleine, um auch die Menschen zu fragen, wo bist du gerade auf der Leiter? So machst du das ja auch in der Ausbildung. Und was bräuchte es denn, um vielleicht aus diesem Kampfmodus wieder ein bisschen mehr so in diesen ventral-vagalen Zustand zu kommen, also in den Zustand der Verbundenheit? Weil, und da sind wir wieder bei uns Menschen als sehr komplexe und vor allem auch individuelle Wesen, es gibt kein One-Size-Fits-All. Es gibt vielleicht ein großes Angebot, aber was einem dann hilft, das weiß ja dann doch am Ende jeder für sich am besten, oder? Ja, das sowohl als auch. Also es gibt kein One-Size-Fits-All im Sinne von pragmatisch, inhaltlich, konkret. Aber es gibt eben übergeordnete Prinzipien, die so eine Art One-Size-Fits-All sind, die wir uns nochmal vielleicht auch bewusst machen können. Du hast gerade die polyvagale Leiter erwähnt. Das ist ein Modell aus der Polyvagal-Theorie, was entwickelt wurde von Deb Dana. Und das ist sozusagen eine Verbildlichung unserer verschiedenen Nervensystemzustände, das man nutzen kann oder die man nutzen kann, um noch besser sich darin zu üben, sich selbst einordnen zu können im Rahmen dieser verschiedenen Zustände. Denn sobald man ungefähr weiß, in was man im Zustand ist, kann man eben sozusagen Prinzipien folgen, um aus Zuständen wieder herauszufinden. Und die One-Size-Fits-All-Ebene ist sozusagen die, dass immer, wenn wir in dysregulierten Zuständen sind, es immer darum geht, Regulation zu erfahren oder Co-Regulation zu erfahren, also in Verbindung zu treten mit etwas, was Sicherheit gibt. Also statt weg von etwas, entweder durchs Fliehen oder sich verstecken, oder statt gegen etwas zu kämpfen, was man nicht will, zu schauen, womit kann ich mich verbinden, was mir ein Stück Anker ist im Hier und Jetzt, ein Stückchen Sicherheit gibt, ein Stück das Gefühl von, ich bin jetzt gerade in Kontakt mit etwas, was mir positive Empfindungen und Assoziationen gibt. Das ist sozusagen das One-Size-Fits-All-Ebene. Also anstatt zu flüchten, worauf kann ich mich zubewegen? Genau, ja, exakt. Das würde einen Zustandswechsel erleichtern. Anstatt vor der Gefahr zu fliehen, wir reden natürlich jetzt immer von Situationen, wo keine akute Gefahr da ist, ist, also statt in der Reaktion zu verweilen, zu verharren, zu schauen, wohin kann ich mich orientieren, was mich aus der Reaktion herausleitet. Und da ist es schön, wenn man sich dann auf die individuelle Suche macht. Also dann zum Beispiel zu fragen, im Fall von Lena, was gibt es denn in deinem Leben, an das du dich erinnern kannst, oder woran du dich erinnern kannst, dass es das gibt, was dir ein Gefühl gibt von Verbundenheit. Zum Beispiel schreibt ja Lena, sie ist Lehrerin, sie hat Kinder, sie ist verheiratet. Das klingt nach viel Stabilität. Das klingt nach viel relationalen Ressourcen, also nach viel Beziehung, die möglicherweise auch einfach gut tut. Und vielleicht gibt es beispielsweise besondere, schöne Erinnerungen an Tätigkeiten, Erlebnisse mit ihren Kindern. Vielleicht hat sie Bilder von denen in ihrer Nähe, wenn es ihr nicht so gut geht. Oder es gibt tatsächlich auch Dinge, die sie tun kann, wenn sie sich fragt, was sind denn Dinge, die ich tun kann, um mehr in Balance zu kommen, statt mich auf ein Buch oder einen Kurs zu stürzen. Das ist dann hoch individuell und das ist sozusagen auch die Antwort auf die Frage, wie gelingt das den anderen, aus diesen Selbstüberreflexionen rauszukommen. Ich würde auf diese Frage eben antworten, wie gelingt es anderen aus ihren Überlebensstrategien und Kompensationsstrategien herauszukommen, aus den disregulierten Zuständen? Und da würde ich antworten, es gelingt ihnen, indem sie ihre individuellen Ressourcen nutzen, die dafür da sind, aus den autonomen Überlebensreaktionen herauszufinden. Und jeden Tag aufs Neue zu üben, zu bemerken, wenn man sich in disregulierten Zuständen oder in alten Überlebensstrategien befindet. Also es passiert mir immer noch. Also ich musste gerade so schmunzeln, als ich dir zugehört habe, weil ich dachte, das ist doch so interessant. Immer wenn ich meinem Partner unterstelle, er ist im Fluchtmodus, wer ist denn eigentlich wirklich im Fluchtmodus? Ist es wirklich eher? Oder sind es nicht doch vielleicht alte kleine Anteile, die aus dem Hinterhalt geschlichen kommen? Völlig unbemerkt und wieder auf so eine brillante Idee kommen wie, ach komm, lass uns doch lieber gehen, bevor er geht. Er geht sowieso. Ja, oh Gott. Ja, ja, ja. Es ist manchmal nicht so offensichtlich und schon gar nicht irgendwie eindimensional, sondern oft echt komplex und verknödelt und verknotet. Und auch etwas, worauf du gerade hingewiesen hast, können wir noch mal kurz hervorheben. Du sagtest gerade, es ist gut, immer wieder Tag für Tag zu bemerken, wann man sich in seinen Überlebensreaktionen oder Zuständen befindet. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir manchmal erst nach einer ganz schönen Weile der Auseinandersetzung mit uns selbst und des Entwicklens von Verständnis und auch Wissen bemerken, dass wir beispielsweise dauerhaft in Zuständen sind. Also dass es nicht so ist, dass ein dysregulierter Zustand sich immer anfühlt wie eine Katastrophe. Also dysregulierte Zustände sind nicht ausschließlich Panikattacken oder totale Lähmungserscheinungen, sondern ein dysregulierter Zustand ist auch ein Zustand einer latenten, ganz vielleicht subtilen, aber starken Übererregung in unserem Nervensystem. Ein latentes Getriebensein, das Gefühl, nie zur Ruhe zu kommen, nicht gut schlafen zu können, diverse Vermeidungsstrategien an den Tag zu legen. Das kann sich anfühlen wie der normale Zustand, weil man den einfach kennt und weil das schon früh geprägt wurde. Und das ist aber ein dysregulierter Zustand, weil wir eben nicht in Balance sind in diesen Zuständen, in diesen Umständen, in denen wir dann uns sozusagen eingerichtet haben. Und das ist vielleicht gut, auch nochmal so zum Abrunden hin unserer Folge zu dieser Frage, sich bewusst zu machen, wir brauchen Zeit. Es ist prima, dass die Lena schon lange in Traumatherapie ist und dass sie sich um sich kümmert und dass sie auch sich interessiert für das Thema. Das ist alles Teil des Prozesses und diese Prozesse brauchen Zeit und sich selbst und den intelligenten, komplexen Strategien auf die Schliche zu kommen, ist ein langfristiger Prozess. Und die Stelle, an der die Lena gerade steht, um sich diese Fragen zu stellen, ist, glaube ich, eine Stelle, wo ganz viel Wertvolles am Entstehen ist, weil eine Sicherungs- oder Sicherheitsstrategie, die sich schon aus einem, ich gehe los, also aus einer Entscheidung, sich zuzuwenden, entwickelt hat, jetzt wiederum überprüft wird. Also sie kommt sozusagen dem Kern immer näher. Das möchte ich damit sagen. Und da mag ich auch Mut machen und einfach Zuversicht spenden, sich selbst zu überreflektieren und auf diese Art und Weise nach Sicherheit zu suchen, ist ganz legitim. Es ist besser als so manch anderes, was man sich in solchen Zuständen antun kann. Und das ist prima, wenn man sich fragt, wie komme ich hier Schritt für Schritt raus, um in mehr Regulation und Entspannung zu finden. Also finde ich auch eine echt schöne Folge und so wichtige Fragen. Und liebe Lena, ich kann dir sagen, natürlich auf die Frage nochmal, wie gelingt es anderen? Weil man hat ja auch immer das Gefühl, alle anderen kriegen es easy auf die Reihe, nur man selber ist der totale Honk und schnallt überhaupt nichts. So ist es nicht. Das ist falsch. Definitiv. Sondern das ist für jeden von uns, und da sage ich ganz bewusst an dieser Stelle uns, weil ich ja nun auch viele Jahre durch diesen Prozess durch bin, da sind wir alle drin vereint, in diesem Gefühl von vermeintlicher Unzulänglichkeit, die keine Unzulänglichkeit ist, sondern einfach menschlich. So ist es. Ja. Also vielleicht lassen wir es so stehen und bedanken uns nochmal von Herzen bei Lena für diese gute und wertvolle Frage und hoffen von Herzen, dass es, ja, für alle, die hier lauschen, Inspiration oder auch Beruhigung sein kann, dass wir hier auseinandergesetzt haben, dass all das Sinn ergibt. Ich danke dir von Herzen, liebe Kathi. Ich danke dir, du Liebe. Ich drücke dich aus der Ferne und wünsche euch natürlich jetzt ein liebevolles, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel aus dem Gespräch zwischen Kathi und mir mitnehmen konntest. Es ist doch so interessant, wenn wir uns bewusst machen, dass alles, was wir so tun und was wir fühlen, was wir kreieren, Sinn ergibt. Das ist eine wichtige Essenz der traumasensiblen Arbeit. Häufig ist es auch so, dass innere Anteile eine Rolle spielen in derartigen Prozessen und deswegen möchte ich dich gerne an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass es dazu einen feinen, kleinen, aber sehr tiefgehenden Online-Kurs gibt auf meiner Webseite, unseren heißgeliebten Klassiker Frieden für dich und dein inneres Kind. Wenn dich die Arbeit mit inneren Anteilen interessiert, dann könnte das etwas für dich sein und wenn du möchtest, dann kannst du da mal forschen. Wenn dir unsere Folge gefallen hat, freuen wir uns von Herzen über dein kleines Zeichen, zum Beispiel auf dem Kanal, wo du gerade gelauscht hast, in dem du ein kleines Sternchen oder wenn es fünf gibt, freuen wir uns natürlich umso mehr, da lässt vielleicht ein paar Worte zu der Folge und natürlich am allermeisten freuen wir uns, wenn du das, was du für dich mitgenommen hast, in deine Welt trägst und du dadurch profitieren kannst. Von Herzen lieben Dank fürs Lauschen und alles Liebe und bis bald. Tschüss! Du Airport Yo-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-oh-oh-oh-oh.